so hi leute herzlich willkommen zu diesem video ein kriegsvideo gegen eine denkmal ukrainische allianz schauen uns hier mal an was gibt was wir attacken können blaue tanks gemischt mit lilas so wie es die meisten allianzen in zwischenzeit spielen zumindest in den gefilten wo wir uns befinden wer miriam und midnight hat oder waterpipe stellt die und alles andere stellt dann lila genau bis jetzt wir haben mittlerweile sonntagmorgen bis jetzt lief der krieg relativ gut für uns wir werden das nachher sehen und wie immer reiche ich euch die endergebnisse in den shorts nach dass da bin ich noch nicht so organisiert dass ich das direkt hinten dran füge einfach weiß ständig vergesst genau ich entscheide mich hier noch mal um ihr könnt nicht manchmal dauert das ein bisschen muss mich da immer ja schreien wuseln ich habe es noch nicht tun müssen aber es war klar dass er sie verliert und ich wollte sie ein bisschen umverteilen knolf hat es einfach nicht mehr meter ich spiele ihn noch aber er spielt in der defensive keine rolle und im angriff er hat den break von dem er hat recht gute stats und man kann ihn auch so benutzen ich gehe hier mit meinem roten also mit einem roten damage stack drin und ihr seht ich habe hier die vier sterne heldin drin die den attack so arg hoch macht von dem her bin ich ganz froh dass hier gleich einen roten diamant kriegt das hindert hannah leider nicht am auslösen aber wir haben hier eine recht gute ausgangslage von dem her sieht alles jetzt erstmal ganz gut aus equalizer war das bedeutet lepiota und konsorten richtig zu timen ist es a und o und ich nehme hier sie raus weil sie hätten mir halt drei gekillt garantiert ne was nicht heißt dass die anderen nicht genauso gefährlich sind und wir gehen jetzt auf die linke seite und schauen mal was das macht und batsch ok hat erstmal gereicht levena darf nicht auslösen die geht aufs ganze team ich habe noch zwei züge zeit bevor der equalizer kommt von dem her nehme ich sie hier erstmal raus und dann platzte da auch schon weg hier ganz außen geilart ist halt ein sniper also der haut ja ein raus aber halt keine drei von dem her ist ja weniger gefährlich wie verliehen equalizer ist durch kann sie locker verstecken und dann sieht sie auch schon echt gut aus und das macht er hier auch sie revived so habe ich sie hier noch mal equalizer kommt verliehen ist noch nicht voll spiel hier einfach noch mal irgendwas da habe ich glück gehabt und jetzt kann man die rausnehmen ein auto attack geht genau auf sakrock sehr gut und dann go for the win seit ich nicht mehr diese overpower ziele angreif sondern wirklich überlegt was machbar ist für mich sieht es mit meinen punkten auch besser aus ihr werdet am ende des krieges sehen dass ich zweimal gefällt habe da habe ich mich wieder leicht überschätzt und habe vielleicht auch wieder nicht so gut gespielt was heißt vielleicht garantiert sogar sonst jetzt eventuell sogar noch gewonnen denn wir wissen alle wenn man oftmals ist es so dass wenn man ein bisschen langsamer spielt dann tut sich doch noch die ein oder andere möglichkeit auf die man vorher vielleicht halt nicht gesehen hat genau ich gehe hier rot gelb rein das team hat ein knolli in der mitte der natürlich wie gesagt immer noch kein schlechter tank ist aber halt auch kein richtig guter mehr ich habe mit garnett hier einen schnellen heiler er tut natürlich sehr weh und sie danach das macht natürlich schon aber zum glück kann ich hier ein bisschen heil drauf hauen und alucat ist ja eigentlich verschwendet ich habe ihn einfach nur für den damage mitgenommen ihr habt vorher gesehen ich habe meine anderen roten schon verballert von dem her war es hier keine frage dass ich irgendwas mitnehmen muss was auf sehr schnell schaden macht und jetzt haben wir hier ein problem denn keine steine keine kekse ich habe nur das blaue match das ich rüber ziehen kann um dann an gelb zu kommen equalizer kommt magiana haut mir jetzt bestimmt was raus und das tut sie auch fast jawohl das tut sie sogar und zack der gelbe reicht zum glück und ich habe der andere am start kann hier hoch heilen also hoch heilen horus hat zugeschlagen von dem her geht nicht viel mit ganz hoch heilen aber ein bisschen was geht und ich spiele hier die roten und das war natürlich glück aber es hat ja nichts gebracht alucat war sowieso voll finley und er geht zum glück nicht auf alucat und hier fallen zum glück noch mal gelbe steine rein ich hätte hier magiana nicht umgebracht glaube ich mit den zwei hittern aber ich wusste auch egal wo sie hingeht sie killt mir nicht alles von dem her ist jetzt alucat erstmal geschichte und wir spielen mit gelb weiter und zum glück kommen hier auch gelbe steine magiana hat gerade gefeuert von dem her habe ich ein bisschen zeit um mich zu erholen nur fehlt jetzt gelb hätte ich noch einen roten gehabt hätte es anders ausgesehen aber hätte 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 ich spiele den dass das sich ein bisschen was bewegt und ihr seht schon rot 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 das bringt nur nichts ist kein roter mehr da hier habe ich das pech dass ihr mir genau den rausnimmt der voll war denn mit oreos hätte ich das ganze schon besiegeln können sag ich mal aber jun ist am start und der haut ja schon kräftig zu hier mein grüner damage stack gegen miriam und midnight mit der boni entfernung und ein bisschen schutz durch die minions und den hot von horsehorn also das healing over time plus den reflekt der statuseffekte und wir haben massig grün ich muss nur schauen ich bin profi darin mir die zu versauen das was er mir da anbietet da mache ich mir den rechts unter den grünen unter den roten kaputt deswegen habe ich das so gespielt miriam löst aus oder auch nicht das war glück aber das gehört ja auch dazu so und jetzt sieht schon ganz gut aus ich entscheide mich hier für die seite mit dem healer genau ja so war die erinnerung okay der healer ist draußen so ist schon mal ein faktum weg dass das team am leben halten könnte was mir natürlich gut tut und auch equalizer hin oder her die minions bleiben von dem her ist ein minion schutz im equalizer immer eine gute sache weil sonst hätte das hier relativ hart weh getan ja und hier hat man wieder gesehen was die truppen ausmachen die eine lilane ist auf 25 und das da machen die steine einfach ganz anders aua deswegen bevor helden beschweren truppen hoch die sind einfach des a und o des spiels das habe ich auch relativ weil ich immer so gierig bin nach den beschwerungen relativ spät erst durchgezogen und ich spiele hier alles rein ich habe man hier ins oben glücklicherweise kommen hier genug grüne horizon ist nochmal voll equalizer ist noch zwei zwei züge weg aber das killt jetzt hier eh alle ne quenelle folgt das und maat also die brauche ich gar nicht mehr das reicht und dann ist das sieg nummer drei jetzt schauen wir uns den vierten kampf an relativ schwaches team war langsam aber mit einem relativ stabilen heel und dem tornt wo man natürlich aufpassen muss beim equalizer dass der überhaupt zieht dass man ihn überhaupt setzen kann so dass er auch was bringt so wir haben relativ wenig steine also natürlich ist was da ja auch da wieder die der hinweis würde mir saumäßig weiterhelfen wenn meine truppen ganz oben wären dann wäre nämlich jetzt ries schon voll gewesen aber wir haben ein bisschen was was nachkommt auf jeden fall kann man was bauen und hier habe ich natürlich auch noch glück equalizer geht runter im nächsten zug ich mache jetzt trotzdem schon damage denn das killt die zwei instant meine gelben sind voll das war glücklich vela kommt und ries kann das alles sauber machen zudem ist kara am start der equalizer ist runter das bedeutet ich habe drei oder vier Züge den tornt könnte hier alles auslösen ich spiele nicht ganz so offensiv sondern trotzdem noch ein bisschen vorsichtig und jetzt endlich mein dicker am start macht ja schon ganz gut rabaut und hier fliegt noch mal gelb zusammen es kommt noch mal blau killt sie nicht aber es ist okay und Castrell und Quennell tun jetzt sauweh aber also selbst wenn hier drei tot sind was jetzt auch passiert ich habe Platz ohne Ende zum Ghosten natürlich kann jetzt auch noch mal eng werden aber Reese beschleunigt sich ja selber und dadurch hast du einfach ratzfatz einen guten Heel beisammen hier habe ich noch mal Glück und dann dürfte jedem klar sein dass es hier gewonnen ist und jetzt fängt es an scheiße zu werden jetzt spiele ich unüberlegt unvorsichtig und nicht mit dem richtigen Teambild okay das hätte vielleicht noch funktionieren können ah schaut es euch an also das vielleicht schon das ist ein Team das funktioniert eigentlich sehr gut ich habe Minions die in der Lage sind die Fiends rauszudrücken wenn es genug sind ich habe den Dodge und ich habe kein Blau und das was ich gerade über Minions gesagt habe das gilt halt für Fiends auch die bleiben und von dem her sind sie super eklig und ihr seht schon ja ich habe da gehofft dass Blau vielleicht noch ein bisschen nachrutscht aber ihr seht also nur mit Lila gewinne ich den Kampf halt nicht ich kann mich ein bisschen am Leben halten aber ich gewinne ihn nicht und hier wird es schon echt eng und jetzt ist es blöd dass der Equalizer gleich kommt und ihr seht Alassi kommt und ich habe hier ein blaues Match endlich reicht aber nicht und von dem her sind wir jetzt gearscht jetzt ist es einfach zu viel du kannst diese zweimal oder so Schaden kann man aushalten und trotzdem dass hier alle Dodgen muss ich hier eine Riesen-Kombo spielen um irgendwas zu erreichen und jetzt kommt der Hase und sie und geht nochmal auf die gleichen geht natürlich nicht auf die andere Seite er hat natürlich auch wenn es ein alter Held ist wenn er hittert und die sind schon ein bisschen angeschlagen dann war es das jetzt kommt mein blaues Match und Pengi ist am Start bringt mir nur nichts sind keine Minions da sondern nur Fiends ich habe gehofft dass das hier reicht für Alassi reicht nicht und nicht mal da kriege ich bei Rot ein bisschen Schaden rein also wir sehen das ist zu spät und ich weiß nicht ob ich hier auf den Hasen hätte gehen sollen aber ich habe mir gedacht komm da sind zwei ich lern da geht auf drei also es waren halt keine Steine drunter und hier fliegt noch etliches rein und was macht er er killt Annabelle und sie killt mir Glenda ja das hat einfach zu lange gedauert und wir wissen Zeit ist ein riesen Faktor wenn du x Steine hin und her spielen musst dann war es das einfach und hier ein langsames Team gegen zwei Heiler ein extra langsames Team und das war ein bisschen ambitioniert wie ihr gleich sehen werdet plus Brothäusch wird runtergenommen plus Rain wird runtergenommen plus Alfrike hittet nicht so hart rein wie sonst und Alfrike ist sehr langsam das mache ich nicht mehr das mache ich echt nur noch im Rush oder halt wenn ich sie anders bauen kann ich habe zwei langsame dabei das ist einfach Off-Color Highlight das war blöd einfach also so realistisch darf man sein zu sagen das war ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen da war ich vielleicht ein bisschen zu confident weil die anderen die vier so gut gelaufen sind habe mir gedacht naja ein Fail dann machst du den letzten noch dann hast du fünf One Shots so einfach ist es halt nicht wenn du genug Heal dabei hast dann richten die Steine ja nicht zu viel Schaden an aber Lila gegen Xnolly ist halt immer noch echt blöd ne und wenn eine Reese daneben steht also noch blöder weil du ja einfach auch mit Gelb nicht viel machen kannst ja aber wie dem auch sei man lernt ne hier geht wieder alles in Segment und wenn der scheiß Equalizer jetzt runter wäre wäre es vielleicht auch noch anders gelaufen aber ne ich muss noch einen Zug warten Xnolly kann nochmal wenigstens ist Cadillen hier nicht am Start und hier hätte ich erst mal gucken sollen viel zu schnell erst mal gucken sollen wer wird denn getroffen wo kann ich dann reinspielen naja so ist es jetzt ist es so und Equalizer kommt alles ist wieder da das ist einfach nicht das richtige Team für Equalizer also da hätte ich vorher mal in die Ali gefragt hätte ich gleich gewusst ok weil Karsch oder Pog also der Chef oder 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 Michi die hätten mir dann gleich gesagt ey das funktioniert nicht das ist viel zu langsam und alles ist auf Overtime und Overtime ist nicht von dem her it is what it is ihr seht jetzt schaue ich dass ich den Tank noch rausnehme weil ich mir denke ok wenigstens ein Clean vorbereiten ne für für äh die die dann noch kommen dann zum Cleansen und dann hab ich noch auf Mutter gehofft und hab mir gedacht boah vielleicht belebt sie aber dann sehe ich wo die Mana Bar ist und dass das niemals reicht also ist ja kein Rush ne du brauchst ja noch vier Matches oder was ne bis die mal anfängt zu feuern und dann war hier auch klar dass das rum ist ok Leute das soll's gewesen sein danke fürs Zuschauen hoffe ihr habt ja gute Steine bis dann Ergebnis kommt in den Shorts grüßigen raus euer Eskar